Ein Bachelorstudium soll die Mobilität der Studierenden erhöhen und die Studienzeiten verkürzen. Inwieweit unterstützt die Studienstruktur dieses Anliegen? Dieses Anliegen wird insofern unterstützt, als dass ich Studienleistungen, die durch ECTS-Punkte bewertet wurden, mitnehmen kann, zum Beispiel, wenn ich ein Auslandsstudium innerhalb meines Studiums realisieren möchte, also zum Beispiel an eine andere Hochschule wechseln kann.